Na, mein Süßpeli, ich muss diesmal ein bisschen öfter mal kontrollieren kommen. Ja, alles gut. Ja, komm mal, wir knuddeln mal kurz. Ihr ja diesmal so lustige Sachen gemacht habt mit euren Eiern. Ja, so sehr lustige Eiersachen habt ihr gemacht. Du, Micky Maus. So viele Eierchen gelegt. Muss ich ein bisschen öfter gucken. Nicht, dass ihr da noch mehr Faxen macht. Du, 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 du. Du magst jetzt gar nicht gekrabbelt werden? Echt nicht? So ist weg. Du, Biednasenpeli. Komm, einmal noch schnell Rücken krabbeln. Da ist doch schön. Da ist doch immer schöne Krabbelage. Okay, und tschüss. Süßbär, Pietwas.